ha moin moin zusammen hier freunde des fachwerks eilbausanierer und heimwerker helden hier ist wieder der fachwerker mit einem neuen video für euch ja ihr ahnt es vielleicht hinter mir steht da schon der mini bagger ja es haben einige nach gefragt und zwar um ja ich sollte mal so ein bisschen erzählen oder eine kleine mini kaufberatung machen was man so als nicht experte machen kann ja ja das machen wir heute ich zeige euch so ein bisschen an so mini bagger was an so dem ding klappern darf was besser nicht klappern sollte und wo man ganz allgemein darauf achten sollte wenn man sich so ein gerät kaufen möchte ja grundsätzlich ich rede ja immer davon ist eine tolle maschine so ein teil wenn man viel arbeiten also viel erdbewegungen machen muss dann ist das auf jeden fall sehr nützlich so ein mini bagger zu kaufen mieten ist immer so eine sache das kostet halt geld dann hast du den über das wochenende wenn man als nicht trainierter baggerfahrer so ein ding an so einem wochenende bedient kommt da nicht wirklich bei rum so von daher ist mein credo immer am besten so ein teil günstig irgendwo gebraucht kaufen und ja das wäre schon mal der erste teil der kaufberatung ja wenn ihr nicht zu viel zahlen wollt für so ein bagger seht auf jeden fall zu dass ihr den nur im herbst oder winter kauft frühestens januar februar spätestens januar februar da muss feiern sein weil ab dann ziehen die preise an das bedeutet dann im frühjahr ab ab märz april ziehen die preise an und über den über den sommer über sind die hoch weil solche bagger häufig dann so in hinterhöfen in kleineren gärten eingesetzt werden und die leute dann so ihre privaten projekte starten und ja dann sind die preise halt hoch und im winter werden solche teile abgestoßen dann gibt es auch in der regel viel mehr auf markt und auch da sind locker 1500 bis 2000 euro differenz drin ja es ist unglaublich ist aber so das wäre schon mal der allererste tipp von vorne weg dann wir gehen gleich mal einmal in die runde und gucken uns die einzelnen stellen so an grundsätzlich kann man schon mal direkt sagen optischer zustand leute ich bin vielleicht ausgelacht worden als ich beim baggerhändler stand und habe angefangen ja hier kratzer und so so kennt man es ja von autos ja beim auto ist jeder kratzer ist geld wert jeder kratzer handelte sofort den preis runter bei einem bagger nicht bei einem bagger ist ein kratzer vollkommen scheißegal wir gehen gleich mal so im detail so ein bisschen in die runde aber so wie der bagger aussieht von der vom gebrauchsgegenstand her ist letzten endes vollkommen normal ein bisschen rost ein bisschen links die die bleche sind ja fast zentimeter dick ja also nicht nicht zentimeter aber das sind ja mehrere millimeter dicke bleche natürlich ist da ein bisschen rost dran die kann man natürlich schön machen also ich bin ja immer so ein typ der hat die maschinen ja auch nicht nur sauber und vernünftig sondern auch ein bisschen schick ich habe mir natürlich auch schon farbe gekauft aber ganz ehrlich wenn man damit arbeitet merkt man auch ganz schnell das macht überhaupt keinen sinn wenn ich jetzt hier das fargestell schön lackiere dann sieht das war erst mal wieder schön aus aber wenn ich da erstmal wieder eine woche mit gearbeitet habe und durch den schotter gefahren und durch die erde ist das alles wieder aufs neue verkratzt natürlich nicht bis auf aufs metall runter aber trotzdem ist es wieder verkratzt so also den kannst du lackieren wenn du mit allem fertig bist und willst du nur verkaufen da muss man auch so ein bisschen darauf achten wenn man so ein ding kauft man lässt sich als privatmann gerne blenden von dem optischen zustand aber wir die meisten deutschen gerade die kennen das vom autokauf jeder hat schon mal ein auto gekauft und die optik ist eben dann die sache die meisten leute gucken dann drauf dass es schön aussieht und bei so einem bagger genauso die gucken dann ist der schön lackiert ist da kein kratzer dran blablabla der ist unter der haube kompletter kernschrott aber das fällt einem gar nicht auf weil einem die optik so gefällt so da muss man darauf achten gerade wenn man die von privatleuten kauft natürlich dass die halbwegs vernünftig gewartet wurden woran man das ungefähr erkennen kann das zeige ich jetzt mal so ein bisschen so im detail so und anfangen könnte man oder sollte man eigentlich immer beim fahrwerk also klar man fängt natürlich an mit einem allgemeinen rundgang um das objekt der begierde und hier ist so das was ich meine solche kratzer vor allen dingen hier hinten in diesem bereich mit dem arsch man bleibt so oft irgendwo wenn man wenn man das dinge dreht dass man damit irgendwo hängen bleibt oder so ne aber freunde das ist absolut massiv da kannst du kratzer reinfahren ohne ende so da kaufst du dir hinterher wieder lack in der farbe pinselst das einmal überall gut ist sieht man auch hier das ist schon mehrfach nachgepinselt die farben passen nicht so richtig ist aber wirklich völlig unerheblich bei so einem gerät ja also dieser optische zustand auch hier und dieser ganze dass das hier und so rostig ist das ist genauso das ist absolut das ist massiv ja das ist absolut massiv und da ist dieser rost praktisch völlig egal ich habe mir diese farbe auch gekauft gebe ich ja zu ich werde den auch irgendwann mal ein bisschen schön machen weiß ein bisschen abschleifen und ein bisschen wieder farbe dran aber wenn man damit fährt vielleicht hat man auf meinen bildern auch gesehen wenn man damit durch die erde fährt und durch den schotter fährt der sinkt ja auch ein und dann kratzt immer der schotter hier dran lang man kratzt da immer dran lang also das ist vollkommen normal dass das so aussieht dass das jetzt so rostet ist auch klar wenn das metall dann frei ist aber das ist nicht schlimm also der rostet nicht durch oder so so das erste teil wo man darauf aufmerksam sein sollte ist hier das ist der fahrantrieb der ist auf beiden seiten logischerweise und die sollte man sich genauer angucken also das erste ist an diesen motoren darf natürlich nirgends öl auslaufen je nachdem was das für ein bagger ist gerade bei diesen mini oder die sind diese unter eine tonne diese das sind ja schon teilweise mikro bagger von der bezeichnung her gibt es beides also dass da so eine lifetime öl füllung drin ist von getriebe oder was auch immer oder eben dass das mit über das hydrauliköl von dem normalen kreislauf versorgt wird sozusagen da gibt es beides tendenziell sollte da auf gar keinen fall öl austreten weil wenn hier irgendwo öl rauskommt also das sollte man sich genau angucken ob hier irgendwo in diesem bereich wenn man guckt hier an dieser seite auch von innen mehr an diesen stellen da darf nirgends öl sein das ist ganz wichtig im zweifelsfall auch mal hier die schrauben vielleicht mehr aufschrauben wenn man es hier sieht kann man machen aber hier sollte auf gar keinen fall irgendwo öl sein das ist ziemlich wichtig da muss man auch mal reingucken da kann man auch ein tuch einhalten oder so das ist schon mal wichtig dazu kommt dann hier diese zähne da muss man gucken dass die nicht abgenutzt sind ja weil normalerweise nutzen die nicht ab also da gibt es eigentlich keinen grund für außer wenn die ketten nicht regelmäßig gewechselt werden weil man sieht dass hier die die zähne stoßen ja hier durch die kette durch und drei mehr praktisch damit dann die kette an und wenn die kette verschleißt also wenn diese diese kette hier die ist neu die habe ich beim kauf da hat der verkäufer neu drauf gezogen wenn die kette verschleißt klar dann hat man irgendwann den den effekt dass diese zähne auf den boden kommen und dann fährt man damit über den boden und dann nutzen die logischerweise ab weil die kette die dinger nicht schützt normalerweise schützt die kette das das gleiche gilt eben für die kette wenn man die sich anschaut so eine kette kostet oder so ein satz ein kettensatz für so einen mini bagger hier diese teile kostet 250 bis 300 euro ist also kein posten sollte man natürlich trotzdem darauf gucken wenn die fällig ist kann man durchaus über 300 euro verhandeln dass man echt sagt so freundchen kette muss neu und so das tauschen leute dauert das ist wirklich pipifax arbeit wenn man ein bisschen übung hat wenn man es das erste mal macht sitzt man vielleicht zehn minuten dran an so einer kette wenn man es ein paar mal schon gemacht hat schon mal die kette runter hat und wieder drauf gezogen hat ist das eine arbeit von zehn minuten für beide ketten also das ist wirklich überhaupt keine sache überhaupt kein problem die kette zu tauschen so aber wie gesagt das ist das wäre so der erste posten die man auf jeden fall als anfänger erkennen kann ist die kette in ordnung oder nicht weil da kann man schon mal als erstes schon mal irgendwo ein bisschen geld raus handeln wenn das eben nicht so der fall sein sollte so dann optischer zustand ist klar habe ich ja schon gesagt ist relativ belanglos wenn man dann in die runde geht so dann wäre praktisch nach dem nach den ölen kann man natürlich sich den motor anschauen wie man das ja häufig auch macht beim verkaufen beim kaufen zieht mal den motor nicht mal den deckel auf so hier sehen wir jetzt das kubota triebwerk drei zylinder diesel was immer schlecht ist verkäufer die das ding vorher schon laufen lassen haben wenn das jetzt ein bagger ist mit dem dieselmotor der sollte natürlich einwandfrei anspringen und zwar kalt wie warm natürlich mit vorglühen und so weiter wenn es muss aber da sollte man darauf achten dass man den auf jeden fall die chance kriegt vom verkäufer dass man den kalt einmal anschmeißt da kann man dann schon mal sehen wie gut der anspringt diesel sollte eigentlich immer gut anspringen wenn ein diesel gut anspringt dann ist das immer ein zeichen dass der motor auch gut ist kann man fast schon so sagen ja dann ist er meistens dann hat er eine gute kompression dann ist er dicht und so weiter die einspritzdüsen ist alles in ordnung wenn er gut anspringt ist das immer ein gutes zeichen dann auch beim beim anspringen selber dass er nicht groß qualmt und so weiter dann sollte man darauf achten kühlkreislauf der ganze kram das ist natürlich jetzt bei jedem bagger ein bisschen unterschiedlich wenn jetzt janma hast oder ein tokata kyushio weiß der teufel dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus da sollte man gucken kann man sich auch so ein bisschen damit sicherheit vom verkäufer erklären lassen letzten endes gibt es da nicht viel zu tun der dieselmotor oder generell der motor bei so einem dinge da hast du eigentlich nicht viel daran auszustehen wo man allerdings dran gucken muss das wären zum beispiel die hydraulikleitungen wenn man sich jetzt hier die leitungen anguckt so an der stelle oder hier oben dann macht das immer sinn sich die einmal anzugucken sieben da irgendwo das öl raus sind irgendwelche stellen undicht das ist alles kein grund den bagger direkt stehen zu lassen das sind alles leitungen verbindungen die kann man alle tauschen das ist letzten endes alles kein beinbruch wenn da was undicht ist aber man sollte es natürlich dann zum verhandeln nehmen was ich immer sage man sollte nicht zu viel für die maschine bezahlen das ist immer wichtig es darf mal was kaputt sein das darf man was kaputt gehen aber es ist immer ärgerlich wenn man eine heile maschine kauft und vor allen dingen auch bezahlt und letzten endes hat man eine kaputte maschine gekauft das ist immer ätzend was wichtig ist wenn man die stempel hier die sollte man auch in verschiedenen also idealerweise sollte man den bagger einmal so hinstellen dass sie komplett ausgefahren sind dass man sich das angucken kann dass hier keine riefen drin sind auch hier wieder dass hier kein öl austritt wenn die dämpfer und undicht sind oder die die stempel wenn die undicht sind das ist ein bisschen teurer das könnte auch nicht selber machen da sollte man definitiv dann drauf achten wenn da irgendwo ein bisschen öl austritt dass man da eben auch entsprechend mit dem verkäufer das dann verhandelt wenn es so sein sollte und wenn es da wenn es dann irgendwann zu teuer wird dann sollte man die besser dann doch stehen lassen gerade so wie hier wenn der auch eine knigmatik hat also da sind da kommen schon ein paar stempel zusammen letzten endes ein gutes zeichen ist auch immer wenn der dreckig ist sage ich jetzt mal wenn hier überall richtig das öl oder das fett raus zippt dann weiß man immer der ist gut gefettet worden der ist immer immer im fett gelaufen das ist eigentlich mal ein gutes zeichen was man dann sehen kann so wie hier ich wackele jetzt hier mal dran so das ist alles wackelig an dieser stelle ist überall ein bisschen spiel man sieht das hier es ist halt man muss auch sagen es ist ein alter bagger so damit geht schon mal los ein alter bagger und gerade hier vorne diese lager hier vorne an der schaufel die sind halt sehr stark belastet und diese bolzen die kann man tauschen oder die buxen ist aber auch alles nicht so der posten ja da kann man dann auch wieder gucken hier vorne frisst es wirklich ist es fast egal wichtig wäre hier unten am baum dass da nicht so viel spiel drin ist weil das sich beim bedienen auch scheiße anfühlt wenn die wenn die schaufel voll ist bei so mini bagger und dann wenn da dann spiel drin ist und der da wackelt das ist immer ein bisschen eklig das einzig wichtige also das ist aber alles kein ding leute wenn da ein bolzen getauscht werden muss das sind da reden wir über 150 euro oder für so einen großen vielleicht 200 euro das alles kein ding schwieriger ist nur wenn die wenn die wenn der oberwagen sich praktisch bewegt also wenn ich jetzt hier dran dran seitlich bewege sieht man ja da ist ein bisschen spiel drin seitlich nach rechts und links aus in drehbewegung wenn man so möchte das ist aber nicht schlimm das sollte natürlich nicht irgendwie eine viertel umdrehung sein aber so wie hier was man hier jetzt sieht wie ich den wackeln kann das ist vollkommen in ordnung ich meine hallo und 20 jahre alter bagger mit über 2000 betriebsstunden da darf das schon mal sein wasser wo er kein spiel haben sollte das ist praktisch so also so in der drehbewegung da darf er spiel aber er sollte nicht so wackeln da muss man darauf achten dass der so nicht wackelt ansonsten ja sagt man immer dann finger von lassen oder dann muss auch echt billig sein wenn er wenn da spiel drin ist dann hat er auch schon einiges durchgemacht kann ich sagen oder er ist wirklich scheiße behandelt worden dass den also einer richtig runtergerockt hat wenn da spiel drin ist so das sind so die die wichtigsten punkte letztendlich natürlich sollte das ganze dinge funktionieren wenn ihr euch den anschaut und probefahrt aus ihr schmeißt den an guckt euch den an und dann wie bei einem auto auch macht ihr natürlich eine probefahrt mit wichtig ist dass ihr halt einfach mal alle bedienungen durchspielt alle hebel alles in maximal position fahrt drehen vor zurück auch die antriebe so ein bisschen fühlen rechts und links ne ob sich beide gleich anfühlen das ist auch wichtig wenn er jetzt erst den einen und dann den anderen ob die beide die gleiche kraft entwickeln dass nicht einer blockiert und so weiter das sollte alles funktionieren im zweitelsfall kann man sich das auch von dem von dem verkäufer dann vorführen lassen wenn man jetzt selber nicht so so bagger affin ist und so ein ding noch nie gefahren hat dass man sich dann einmal vorführen lässt dass die die wirklich alle funktionieren alle alle hebel alle alle bedienelemente sozusagen also eine sache hatte noch fast vergessen relativ wichtige wenn ihr euch so den dingen an guckt dann solltet ihr als allererstes das machen was ich euch jetzt gerade zeige nämlich den bagger aufbocken das ist ein relativ wichtiger test wenn man so möchte so dass was ich da jetzt gerade gemacht habe das ist praktisch das erste was ihr machen solltet wenn ihr so ein bagger kauft den einmal aufbocken also hinten auf das schild stellen und vorne einfach mit der schaufel abdrücken dass der in der luft steht und dann auch ausmachen das ist das erste was ihr machen solltet weil damit kann man überprüfen ob die hydraulik in ordnung ist der sollte dann innerhalb der nächsten 10 minuten 20 minuten die ihr da steht und euch den bagger in ruhe von oben bis unten anschaut sollte der auch gar keinen fall in irgendeiner art und weise runter kommen sollte immer so stehen bleiben bei ausgeschalteten motorbogen das ist ziemlich wichtig wenn den nicht so ist dann lasst er den am besten direkt stehen so sieht es nämlich aus so und hier möchte ich euch jetzt einmal kurz noch zeigen so eine kleine kür was man machen sollte klar was ich eben schon meinte einmal alles ein bisschen bewegen den arm bewegen die schaufel bewegen gucken wo es so juckelt und klappert man muss ein bisschen beachten wenn man jetzt so wie da momentan ist der schild oben und dann ist ja so ein mini bagger echt instabil also je nach spurbreite ist er echt instabil und man sieht dann auch das gewackel das kommt hauptsächlich tatsächlich vom fahrgestell also die verbindung zum boden dass er da wirklich wackelt da muss man sich also nicht von irritieren lassen so wenn er jetzt den schild runter fährt sieht man sofort dass der wesentlich eck stabiler steht man sieht also wirklich wenn man das vergleicht ja also mit dem schild unten ist ein ganzes eck stabiler aber auch nur in der richtung so wenn ich jetzt so stehe zum beispiel dann selbst dann wackelt er auch aber dies gewackelt was man da jetzt sieht ist auch alles vom fahrgestell also das ist nicht das oberteil zum unterteil sondern das ist wirklich quasi dass der bagger halt so steht ja ja was ich hier ganz gänzlich gar nicht gemacht habe ist die spur verstellung die habe ich gar nicht getestet oder euch jetzt nicht gezeigt aber gut ist jetzt nicht so wichtig an dieser stelle ich sage aber alles mal auch funktion testen wie da jetzt die knickmatik und so weiter sollte mal gucken idealerweise sollte man da wenn man die möglichkeit hat auch ein bisschen baggern wenn man irgendwo was hat um mal so eine volle schaufel damit bewegt er sich auch manchmal noch ein bisschen anders aber naja das ist im prinzip auch schon alles dass man den einmal in die runde dreht ein bisschen guckt ob das alles so läuft auch an den antrieben was ich schon meinte vor zurück mal gucken ob die sich auch von den hebeln her ob das beidseitig gleich funktioniert nicht dass eine seite schwächer ist als die andere und dass das alles ein bisschen symmetrisch ist aber man merkt auch gerade bei so einem kubota dann dass der auch recht smooth läuft sozusagen nicht so abgehackt ist wie vielleicht bei so chinesischen dingern ja das ist eigentlich so im prinzip schon das wesentliche ja man kann eigentlich alles einmal durchspielen man kann so ein bisschen aufzählen wie viele bolzen sind jetzt wackelig zieht einfach dann pro bolzen 100 euro von der rechnung ab beziehungsweise wenn ihr so ein durchschnittspreis für den bagger habt dann würde ich pro bolzen mindestens ein hunderter abziehen der am wackeln ist und ja letzten endes wenn die ketten in ordnung sind und so weiter es ist immer wie ich meine es ist kaum irgendwas dabei außer eben wo man nicht diskutieren kann ist eben wenn alles irgendwie am ölen ist und die karne komplett abgerockt ist ist natürlich scheiße wenn er dann wenn die leute dann noch geld für sehen wollen man muss eben gucken dass man nicht zu viel bezahlt natürlich hat man dann zum teil auch mal reparaturen aber wenn man den bagger relativ günstig einkaufen kann mit ein paar mängeln man kennt die mängel und weiß dann okay bei den bolzen vorne an den an der schaufel zum beispiel da muss ich halt mal bei aber letzten endes kann ich auch so mit baggern da passiert jetzt erstmal nichts so und wenn man die dann irgendwann mal tauscht ist es halt so wenn man dann weiß okay jetzt im nächsten halben jahr brauche ich den erstmal nicht oder ich habe jetzt die wichtigsten arbeiten abgeschlossen jetzt steht der bagger erst wieder ein paar wochen dann kann man sich um solche reparaturen mal kümmern wichtig ist halt nur dass nichts akutes dran ist und dann ist auch gut so und ansonsten an so ein bagger die dinger sind sehr robust gebaut da ist nicht viel dran das wichtigste ist die hydraulikeinheit die hydraulikpumpe das ist ja das was ich meine weshalb man einen markenbagger kaufen sollte weil da ist das von guter qualität in der regel passiert dann auch nichts wenn so ein hydrauliker trocken läuft oder so dann passierte eigentlich auch nichts dran und eben der motor der vernünftig anspringen sollte weil es halt immer ärgerlich ist wenn man da so eine alte karre hat die man immer an juckeln muss und dann will er nicht anspringen und dann ist die batterie wieder leer und das ist immer nervig und das kann man auch schlecht reparieren oder schlecht verbessern deswegen solche sachen die man tauschen kann dann das sehe ich immer relativ locker weil das kann man ja tauschen danach ist es neu dann hast erstmal wieder ruhe so was wie die kette oder so da würde ich jetzt kein hermann von machen mein tipp ist noch wenn man jetzt selber nicht so viel ahnung hat wie immer häufig ist es ja so wie ich habe auch bin auch losgezogen habe das ding einfach gekauft und so hat man ein bisschen glück hat man ein bisschen pech je nachdem was immer gut ist klar wenn man irgendwen kennt in einem bekanntenkreis oder freundeskreis wie auch immer die sich mit solchen maschinen auskennen den man einfach schlichtweg mitnehmen kann der so ein bagger schon mal gefahren hat der weiß wo man darauf achten muss wenn man diese leute nicht hat die man mitnehmen kann die sogenannten experten dann würde ich euch empfehlen macht es mal ganz einfach guckt ein bisschen im anzeigenmarkt bei euch in der umgebung also nicht dass man da jetzt zum wochenende für los ziehen muss sondern irgendwas was im umkreis von 50 kilometern um euren heimatort ist ob da einer so ein bagger verkauft so jetzt guckst einfach mal so ein bagger der ist jetzt bei euch im nachbarort wird der angeboten preis ist erstmal egal das kann ja auch ruhig ein fast neuer das würde ich sogar empfehlen einmal so einen fast neuen sich anzugucken mit echt wenig betriebsstunden also auf jeden fall unter 1000 irgendwas um 5 800 betriebsstunden vielleicht weil das ist praktisch neu bei so einem ding sich so einen einfach mal anzugucken zu sagen ich interessiere mich dafür und dann fahrt er da einfach mal hin das ist ja unverbindlich so dann fahrt er dahin guckt euch den an setzt euch da drauf und bedient den einfach mal lasst euch den zeigen und dann kriegt man so ein gefühl wenn man so dreht wie der so wackelt oder eben auch nicht wackelt wie stramm der sich so anfühlt wie viel kraft wie der sich so anfühlt man muss natürlich gebe ich zu so ein bisschen affin zu maschinen sein um das selber zu fühlen wie wie die maschine sich aber das ist ja letzten endes die erfahrung die man dann braucht dass man so einen relativ neuen bagger mal gefahren hat vielleicht habt ihr euch auch schon mal so ein bagger ausgeliehen so dass sie einfach mal die die der ausleih bagger sind ja in der regel auch relativ gute neue maschinen meistens so und dass man einfach mal ein gefühl dafür kriegt wie fühlt sich eigentlich ein neuer bagger an so und dann gibt es vielleicht irgendwann mal das angebot einen relativ alten bagger zu kaufen also relativ ne also auf jeden fall einen günstigeren mit mehr betriebsstunden und so weiter und so fort und dann wenn man sich da dann drauf setzt dann spürt man natürlich auch den unterschied zwischen dem relativ neuen bagger und jetzt nehmen wo jetzt drauf sitzt und wenn der unterschied nur marginal ist dann kannst du schon mal sagen okay der hat zwar 2000 betriebsstunden auf der uhr aber letzten endes von dem neuen bagger fühlt er sich gar nicht so viel anders an ist so eigentlich ein cooler deal so da hat man schon mal ein gutes gefühl und weiß woran man ist weil man einfach einen so ein delta definieren kann zwischen dem neuen und alten bagger und plus den preis der dazwischen liegt das ist wie bei autos auch das ist bei einem gewissen kilometerstand oder es kommt ja auch auf den zustand ein das kommt einfach auf die wartung an wenn so ein ding vernünftig gewartet wurde dann kann der auch nach 3000 betriebsstunden immer noch so laufen als wie manch ein bagger mit unter 1000 ja weil der einfach vernünftig behandelt wurde vernünftig gewartet wurde und dann funktioniert die maschine auch mit zwei 3000 betriebsstunden immer noch tipptopp es gibt aber auch solche die haben 2000 auf der uhr und die sind komplett abgerockt ja da wurde die wurden immer über ihren über ihrem limit betrieben die wurden immer getreten wie sonst was da sind nur irgendwelche mungos mit unterwegs gewesen die das dinge nur durchgegen gerissen haben dann ist ja mit 2000 betriebsstunden komplett im arsch aber um das eben feststellen zu können muss man ja irgendwie mal ein gefühl dafür kriegen wie fühlt sich eigentlich ein guter bagger und wie fühlt sich ein schlechter bagger an klar wenn das ganze dinge nur noch am rappeln und am wackeln ist und da ist kein bolzen mehr gerade dann weißt du auch da solltest du besser nichts mehr für bezahlen aber diese ganze zwischen grauzone ist eben schwierig zu erörtern deswegen wenn man sich so ein paar dinge einfach anguckt oder vielleicht leite auch einfach mal so ein teil übers wochenende aus um da mal ein bisschen mit zu baggern dann merkt ihr relativ schnell wo die reise hingeht und wenn ihr euch dann so einen relativ alten ist es ja meistens gebrauchten dann kauft für eine schmale mark dann wisst ihr immerhin woran ihr seid das ist auf jeden fall immer ein hinweis wert zu dem hinweis betriebsstunden klar die haben einen betriebsstunden zähler die meisten bagger haben einen betriebsstunden zähler aber ich würde da nicht ganz so viel drauf geben was da ein betriebsstunden drauf ist weil es fast nicht nachvollziehbar ist ob dieser zählerstand korrekt ist oder nicht bei autos kennt man es heutzutage überall gibt es tüv überall werden die kilometerstände festgehalten und so kann man relativ leicht heutzutage nachvollziehen ob ein kilometerstand für das fahrzeug plausibel ist oder nicht für den einen wagen ist 100.000 kilometer nach zehn jahren absolut plausibel für den anderen eben der hat erst 20.000 kilometer gefahren in zehn jahren so und ja da fragt ist immer eine frage wie der benutzt wurde wenn er nur als drittwagen in der garage gestanden hat und nur alle jubeljahre mal rausgekommen ist klar dann habe ich natürlich wenig kilometer und so ist das bei so mini baggern auch also viele firmen kaufen sich so mini bagger oder haben so mini bagger im portfolio für ganz besondere einsätze wenn die mal tatsächlich einmal im jahr so einen einsatz haben wie bei sowas hier dass sie im haus irgendwas machen müssen oder eben dass die so hinter gärten bearbeiten müssen wo sie mit ihrem 2 tonnen bagger nicht hinkommen dann müssen sie halt mal den kleinen 1 tonnen bagger mit zur baustelle bringen aber letzten endes haben sie den im portfolio der steht aber 80 prozent der zeit über winter sowieso meistens und im sommer die drei gärten die sie im jahr machen weil das nicht das kerngeschäft ist dann dann rocken die da pro jahr vielleicht 50 betriebsstunden drauf so wenn überhaupt vielleicht nur 20 betriebsstunden in schlechten jahren so dann ist natürlich auch ein niedriger betriebsstunden stand nach 10 15 jahren immer noch halbwegs plausibel es gibt aber auch firmen die vielleicht nur solche kleinen gartenarbeiten machen bei denen das teil im sommer praktisch jeden tag läuft die haben eigentlich machen die 5 600 betriebsstunden im jahr oder 800 oder sogar 1000 betriebsstunden mit so einem ding weil die damit jeden tag malochen so die hätten praktisch nach 10 jahren 10.000 betriebsstunden ja oder sie klemmen den betriebsstunden zähler ab weil letzten endes ist das ja einfach nur sobald die zügen anmaß läuft das dingeln los ne und das ist so ein zähler da drin den kriegst du bei ebay für 8 euro ja also da kann dir keiner so richtig sagen ob das jetzt stimmt oder nicht da würde ich auch nicht so viel augenmerk drauf legen ob der jetzt 2000 3000 betriebsstunden hat klar hört sich das immer besser an hat erst 1700 betriebsstunden aber weiß man es ob der ob der kilometerstand also der stundenstand tatsächlich stimmt kann es kaum nachvollziehen außer eben dass man sich den zustand anguckt und dann so ein bisschen ein gefühl dafür bekommen hat wie darf so ein ding nach 2000 betriebsstunden aussehen oder wie sollte er besser nicht aussehen aber auch das kann wieder an schlechter oder guter pflege liegen deshalb den betriebsstunden zähler würde ich nicht ganz so als als augenmerk nehmen ich würde lieber mir die maschine angucken würde gucken wie viele bolzen sind da sind heile wie viel sind kaputt wie sieht die hydraulik aus sind die schläuche in ordnung ist er halt vernünftig gewartet worden und fertig ist es ja so und dann über die optik braucht man sich im prinzip nicht unterhalten dann macht euch wirklich lächerlich drüber wenn ihr da steht über kratzer ne damit brauchst du einen baumaschinenhändler oder auch einen baumaschinentypen nicht mit kommen ja so viel dazu ich würde sagen wenn auch irgendwas sein sollte an fragen oder so die euch wenn ihr euch eine spezifische frage habt ein spezifisches problem dann schreibt das einfach in die kommentare vielleicht fällt mir da noch was zu ein und ansonsten würde ich sagen an dieser stelle war es das für heute dankeschön fürs zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder bis denn ciao ciao und dann sehen wir uns beim nächsten video